Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de Heute teste ich mal seit langem wieder einen reinen Funkkopfhörer, also wichtig Funkkopfhörer, kein Bluetooth und den seht ihr hier, das ist der Thompson WHP 3311BK und das ist schon ein bisschen älteres Modell, aber alt heißt ja nicht schlecht. Es ist ein analoges Modell, das seht ihr auch hier, 863 MHz, das ist die Frequenz, auf der der quasi sendet. Digitale Funkkopfhörer senden auf 2,4 GHz in diesem Bereich, Bluetooth übrigens auch. Wie gesagt, das ist ein analoges Modell. Dann haben wir hier einige weitere Infos, PLL-System, Autoscan, also das heißt, der findet den Kanal selber und Charging Function, also eine Ladefunktion, das heißt, das ist ja eine Ladestation, da stellt man den Kopfhörer rein, dann lädt der sich automatisch auf und ist somit immer voll. Jetzt schauen wir uns aber noch die Verpackung im Detail an. Reichweite bis zu 100 Meter, ja gut, Analoge Funkkopfhörer haben oft eine höhere Reichweite, aber 100 Meter, das ist ein bisschen viel, das ist eher Luftlinie. Dann 20 Hz bis 20 kHz Übertragungsbereich, es gibt eine Lautstärkekontrolle und auf der anderen Seite steht das gleich, jetzt schauen wir uns die Rückseite an. Verschiedene Sprachen, hier unter anderem auch Deutsch, eben PLL-Technologie schreibt er hier drei wählbare Übertragungskanäle zur Interferenzvermeidung. Dann, es gibt natürlich einen anderen Ausschalter, hier nochmal die Info dieser Sachen, die ich bereits auf der Seite und vorne gezeigt habe. Lieferumfang sehen wir hier unten auch und ansonsten haben wir jetzt hier keine weiteren Infos, deswegen beginne ich jetzt auch direkt mit dem Unboxing. Im Inneren haben wir einen Karton, den ziehe ich hier direkt raus, die Anleitung gibt es da auch noch, das schüttle ich mal direkt raus und lege das beiseite. Also in die Anleitung werfe ich zunächst einen Blick, hier vorne seht ihr, es gibt den Kopfhörer nämlich auch in weiß und da schaue ich mal gerade rein, was für Sprachen, also alle möglichen Sprachen sind verfügbar, Französisch, Englisch, Italienisch und so weiter. Hier ist dann auch Deutsch, das heißt, das sind so zwei Seiten, wenn ich das richtig sehe. Ja, das sind hier zwei Seiten Anleitung, relativ kurz und knapp. Hier nochmal die ganzen technischen Daten, die werde ich aber auch in den Testartikel packen und im Verlauf des Videos werde ich euch, wie gesagt, wie immer alles im Detail vorstellen. So, jetzt öffne ich hier mal den Inhalt. Der Kopfhörer, der liegt hier drin. Den haben wir hier, ich nehme jetzt aber mal direkt alles erstmal heraus, dann lässt sich hier mich leichter weiterarbeiten. Also, das ist die Ladestation, das ist das Zubehör. Direkt die Ladestation, die nehme ich jetzt mal direkt heraus. Also ihr seht hier Klavierlackoptik, das ist die Ladestation und es gibt hier solche Kontakte. Das heißt, ihr müsst darauf achten, das war bei den AKG-Modellen, die ich mir angeschaut habe, vor bald zwei Jahren auch schon so, der Kontakt muss hier unbedingt aufliegen, damit das Ganze lädt. Das sehen wir dann aber auch hier vorne an der LED. Das werde ich später noch zeigen, da muss die natürlich hier leuchten. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr es falsch reingestellt und der Kontakt ist nicht da, dann lädt auch nichts. Klavierlackoptik hier, schick, wem wäre das eben bevorzugt, zumindest oben. Außen ist es kein Klavierlack, sondern matt. Ich drehe mal die Rückseite. Hier, Anschluss, Stromanschluss, normaler DC-Stecker, der Audioanschluss, also Klinke, damit wird diese Station, das ist die Ladestation und Sendestation, die wird hierüber mit dem Computer, Fernseher oder was ihr sonst anschließen wollt, verbunden. Dann gibt es hier drei Kanäle, also Channel steht da, das ist Kanal, 1, 2, 3, das bedeutet, wenn es auf einem Kanal Störungen gibt, wechseln wir einfach den Kanal. Das haben analoge Modelle öfter. Ich lege jetzt mal diese Station hier beiseite, die steht übrigens ganz gut, habe ich vergessen, rutschfest, hier unten sind solche Gummifüße, auf jeden Fall. Gut gemacht, sage ich jetzt mal. Jetzt kommen wir zum Kopfhörer und diesen befreie ich jetzt erstmal hier aus dieser Plastikmantelung. So, das hier ist der Kopfhörer, den seht ihr jetzt hier. Der hat so eine Art Gelenke, ich drehe das mal gerade, das sind so, da ist ein Kugelgelenk und den können wir so bewegen, also der passt sich horizontal und vertikal über ein Kugelgelenk an. Ihr seht hier an- und ausschalte an der Seite, dann den Autotune-Knopf, eine LED, hier den Lautstärkeregler und hier oben ist das Ganze gepolstert mit so Kunstleder. Das gilt auch für die hier, für die Ohrmuscheln. Ihr müsst überlegen, der Kopfhörer ist sehr preiswert, also das muss man immer berücksichtigen, der kostet so 40 bis 50 Euro. Das muss man natürlich berücksichtigen. Man muss hier auch Batterien einlegen, dazu komme ich später noch. Höhenverstellbar ist er auch. Ich kann das Ganze hier rausziehen. Das Ganze hier ist aber Kunststoff, wenn ich das richtig sehe. Also die Verarbeitungsqualität ist eigentlich jetzt mal okay für den Preis. Und wie gesagt, Preis muss man berücksichtigen. Es gibt Bluetooth-Kopfhörer für 50 Euro, die schon ein bisschen besser sind, muss ich allerdings dazu sagen. Aber wie gesagt, das ist auch ein älteres Modell. Und ja, das schauen wir einfach mal weiter. Ich drehe jetzt mal seitlich. Wichtig wird später natürlich auch, wie der Tragekomfort ist. Das werde ich mir natürlich alles genau anschauen. Aber soweit macht ja erstmal einen soliden Eindruck für den Preis, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, das war jetzt mal der Kopfhörer. Hier unten seht ihr übrigens diese Ladekontakte, die dann aufliegen müssen in der Station. Das habe ich ja bereits erwähnt. Das heißt, wenn man das Ganze dann nimmt, muss man es auch immer so rum reinstecken, weil die befinden sich eben hier rechts. Und die müssen dann da aufliegen. Das ist so, manchmal beim Einstellen muss man da kurz ein bisschen rumprobieren. Das habe ich bei dem AKG-Modell schon gemerkt. Das hat übrigens mein Vater geschenkt bekommen. Das hatte ich auch mal getestet, aber schon länger her, wie gesagt. Das findet ihr aber auch auf der Webseite, beziehungsweise schaut mal in die Videobeschreibung. Da verlinke ich ja immer die Testberichte. Und auf dieser Seite findet ihr auch die Funk-Kopfhörer von AKG, die ich getestet habe. Also so kommt das dann später rein, wird an den Strom angeschlossen. Soweit auch klar. Als nächstes das Zubehör, denn da sind vermutlich die Batterien drin. Ja, also erstmal hier Batterien, dann Klinkekabel. Also alles, was wir für den Anschluss benötigen. Nehme ich jetzt auch mal direkt heraus. Also hier erstmal das Netzteil, die C-Stecker. Damit wird das Ganze an den Strom angeschlossen. Das heißt, diese Station. Das hier ist ein Klinkekabel. Also simples Klinke, wenn ihr diese Sende- und Ladestation mit einem Gerät verbinden wollt, wo nur Klinke vorhanden ist. Dann gibt es hier aber noch einen Adapter. Denn es gibt viele Anlagen, zum Beispiel Musikanlagen oder Fernseher, wo ihr solche weißen und roten Anschlüsse habt. Das sind Chinch-Stecker. Und dafür ist ein Adapter. Das heißt, so kann man das dann auch zum Beispiel an eine Anlage anschließen oder einen Fernseher. Diese Batterien, beziehungsweise das sind Akkus. Natürlich Akkus, denn es wird geladen. Das sind wieder solche Kurzmantel-Akkus. Das seht ihr hier hinten. Das gibt es öfter mal auch. Bei Philips habe ich das mal gesehen. Das heißt, dieser Mantel muss hier weg sein. Wenn ihr die Akkus tauschen möchtet und dann normale Akkus nehmt, wo der Mantel hier durchgehend ist, was man normalerweise hat, dann lädt der Kopfhörer nicht mehr auf. Das ist eine öfter Fehlerquelle, wo die Leute dann sagen, ich habe die Akkus gewechselt und die laden nicht mehr auf. Das ist zum Beispiel so eine Fehlerquelle. So, jetzt müssen wir mal schauen, denn wir müssen hier noch die Akkus einlegen. Und ich sehe jetzt, hier oben gibt es so einen Hebel, einen Schalter. Jetzt kommen wir zu den Akkus, denn die Akkus müssen hinter die Ohrpolster. Und hier oben sind solche kleinen Schalter. Ich weiß nicht, ob man das gerade sieht. Da steht auch Battery. Und damit kann man jetzt die Polster abnehmen. Das werde ich jetzt mal machen. Das heißt, ich ziehe hier und jetzt löst sich das Polster. Das könnt ihr sehen. Jetzt habt ihr hier hinten quasi zwei Akkufächer. Da kommen jetzt hier die Akkus rein. Und zwar richtig herum. So. Ich zeige mal gerade das Polster, falls das den einen oder anderen interessiert. Das sieht so aus. Das ist ja so eine Plastikscheibe. Da ist das Polster aufgezogen. Und hier ist eben dieser Mechanismus. Also die Polster kann man recht gut abmachen, finde ich. Jetzt mache ich das Polster wieder drauf. Hier unten wird das Ganze eingehägen. Hängt dann oben festgedrückt. Klick. Akkus sind drin. Also der Vorgang ist wirklich leicht. Man muss sich da keinen abfummeln. Das ist gut gelungen. Gut gemacht. Muss ich definitiv sagen. Jetzt werde ich den Kopfhörer hier aufladen erst mal. Dann werde ich diesen Kopfhörer anschließen. Ich werde damit Musik hören. Ich werde mir anhören, wie klingt das Ganze. Da werdet ihr wieder meine Meinung erfahren. Wie immer. Und ich werde mir auch noch die Verarbeitung anschauen. Was es sonst noch so gibt. Fotos und so, wie ich das eben immer mache. Das kennt ihr ja von meinen Megatestberichten. Und mit diesen Infos und mehr geht es jetzt im Anschluss weiter im Megatestbericht. Aufladen und Anschluss. Der Thompson WHP3311BK verfügt wie bereits gezeigt über eine Ladeschale, die auch zugleich die Sendestation ist. Diese Ladeschale wird zunächst einmal an den Strom angeschlossen und mit dem Klinkelkabel zudem an eine Audioquelle angeschlossen. Audioquellen wären zum Beispiel Handys, Musikerlagen, PCs oder sehr oft auch Fernseher. Ich habe in diesem Fall ein Smartphone gewählt und Musik abgespielt. Es ist wichtig, dass die Audioquelle bereits Ton abspielt, bevor wir den Kanal suchen. Dazu kommen wir aber jetzt. Auf der Rückseite gibt es einen Schalter, um zwischen Kanal 1, 2 und 3 zu wählen. Wir schalten jetzt den Kopfhörer ein und drücken den Autotune-Knopf, um den Kanal zu suchen. Das müssen wir nur beim ersten Mal oder beim Kanalwechsel machen. Wie ihr auch sehen könnt, blinkt die rote LED vorne an der Ladestation zufällig. Das macht sie, wenn die Station ein Audiosignal empfängt. Allerdings stört das im Dunkeln und wenn euch das eben stört, dann solltet ihr es einfach abkleben. Einfach ein Klebeband drüber. Fertig. Das war es auch schon und der Ton ertönt aus dem Kopfhörer. Der Anschluss ist auf jeden Fall sehr einfach. Bedienelemente und die Sendestation. Der Kopfhörer hat neben der Power-Taste und der Kanalsuchtaste auch noch ein Lautstärkerad an der linken Ohrmuschel. Alle diese Tasten befinden sich hinten am Kopfhörer. Die Sendestation hat vorne zwei LEDs. Die grüne LED zeigt an, ob der Kopfhörer Kontakt hat und auflädt. Das ist besonders wichtig, denn der Kopfhörer muss genauso in die Ladeschale gestellt werden, dass die zwei Metallkontakte richtig sitzen. Ansonsten leuchtet die LED nämlich nicht grün auf und der Kopfhörer lädt sich dann nicht auf. Dieses Konzept kenne ich inzwischen von einigen preiswerten Modellen, darunter AKG und Philips. Es muss also hier genau darauf geachtet werden, dass der Kopfhörer immer richtig an den Kontakten sitzt. Das ist ein Kritikpunkt, aber in dieser Preisklasse des Öfteren so gelöst. Mein Dad hat so ein Modell mit ähnlichen Kontakten, im genauen den AKG K915 und hat sich inzwischen daran gewöhnt bzw. kommt damit gut klar. Man muss eben immer darauf achten, dass eben das rote Licht leuchtet, dann sieht man auch, ob Kontakt besteht oder nicht. Auf der Rückseite gibt es dann noch den bereits gezeigten Klinkeanschluss, den Stromanschluss und den Kanalwahlschalter. Verarbeitung, Design, Tragekomfort Der Kopfhörer besteht aus Kunststoff und ich kann keine Metallverstärkungen erkennen. Wir sollten hier immer den Preis von um die 40 Euro im Hinterkopf behalten, das ist wichtig. Für diese Preisklasse ist die Verarbeitung in Ordnung, finde ich, erwartet hier aber nicht zu viel. Wenn ich meinen Kopf schüttle, dann klappert es bei mir links in der Ohrmuschel. Es liegt an der Halterung, welche das Polster hält. Die sitzt bei mir wohl nicht einwandfrei, eventuell ein Einzelfall bei meinem Modell. Ich weiß es nicht. Die Kopfbügel sind höhenverstellbar, aber dieser Bügel scheint nicht metallverstärkt zu sein, zumindest kann ich nichts erkennen und es fühlt sich auch nicht so an. Der Bügel wirkt im ausgezogenen Zustand nicht so stabil bzw. der Bügel hat gut Spiel. Das seht ihr jetzt hier auch im Video. Mit dem Bügel würde ich also sehr vorsichtig umgehen, da er auf mich wie eine potenzielle Schwachstelle wirkt. Der Tragekomfort ist für den Preis an sich ganz gut, zumindest auf meinem Kopf. Der Kopfhörer ist oben gepolstert und die Polster der Muschel sind groß und der Kopfhörer liegt auch gut an, nicht zu fest und nicht zu locker. Die Innenfläche ist mit 7 cm Höhe sehr geräumig und die Breite liegt bei etwa 4 cm. Da passen dann auch größere Ohren rein. Der Kopfhörer selbst wiegt etwa 240 Gramm und ist damit recht leicht. Die beiden Ohrmuscheln sind an Kugelgelenken befestigt und die passen sich an die Kopfform seitlich an, das funktioniert auch gut. Das dicke Polster oben am Kopfbügel sorgt nochmal dafür, dass es von oben nicht drückt. Die Ladestation an sich wirkt auch solide, aus Kunststoff gefertigt. Oben ist eben dieser Klavierlack, außenrum ist es matt und auf der Unterseite gibt es vier Gummifüße, das habt ihr bereits im Unboxing gesehen. Das Design an sich ist schlicht, simpel und übersichtlich. Für einen Preis von um die 40 Euro finde ich die Verarbeitung angemessen, erwartet hier aber keine Wunder und was ich hier zu kritisieren habe, das habe ich ja bereits erwähnt. Klang Es handelt sich beim Thomson WHP 3311 BK um einen analogen Funkkopfhörer. Analoge Modelle haben im Vergleich zu digitalen oft eine höhere Reichweite, sind aber auch je nachdem störungsanfälliger und haben ein Grundrauschen. Einen detaillierten Artikel zu diesem Thema verlinke ich unter dem Video, wenn du da also mehr wissen willst, dann schau da doch mal rein. Das Grundrauschen ist bei mir sehr gering, ich kann es kaum wahrnehmen. In meinem Zimmer läuft ein WLAN-Router, ein PC und eben Licht. Nichts besonderes, sondern recht durchschnittlich, was theoretische Störungsquellen angeht. Ich habe aber wie gesagt hier keine Störungen gehabt. Wenn ihr einmal Störungen haben solltet, dann wechselt unbedingt den Kanal und betätigt den Tune-Knopf erneut. Dann sucht er sich eben den Kanal neu. Der Klang ist etwas dumpf, die Höhen schwächeln, das höre ich direkt. Ich habe allerdings auch mal einen Equalizer aktiviert und versucht den Klang so auszugleichen, dass er neutral klingt. Das Ergebnis sehen wir hier im Bild. So finde ich den Klang dann deutlich besser. Ansonsten sind mir die Höhen in Stimmen vor allem bei Frauen zu schwach. Für Musik gilt das Gleiche. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall über den Klang Bescheid. Ältere Personen hören übrigens in höheren Bereichen meist schlecht, wodurch ich den Eindruck gewinne, dass sich der Kopfhörer deswegen für ein älteres Publikum besser eignet. Mein Fazit Der Thomson WHP3311BK ist der preiswerteste Funkkopfhörer, den ich mir bis jetzt angesehen habe, denn er kostet nur um die 40 Euro. Das ist schon ein Kampfpreis, denn selbst diverse Modelle aus China sind schon teurer. Das hat schon was zu sagen. Thomson ist im Übrigen eine Marke von Hama. Hama kennen viele sicher von diversen PC-Zubehör wie Kabeln oder Hubs. Die gibt es auch schon ziemlich lang, die Firma. Der Kopfhörer hat auf Amazon über 3000 Bewertungen. Das ist auch der Grund, warum ich entschlossen habe, mir den einmal genau anzuschauen. Die Bewertungen sind äußerst durchmischt und es gibt viele, die zufrieden sind, jedoch auch Kritiken. Der Bewertungsdurchschnitt liegt bei 3,5 Sternen, Stand 31.01.2020. Es gilt hier natürlich, den Preis zu berücksichtigen, denn preiswertere Funkkopfhörer sind mir bisher nicht bekannt. Wie gesagt, 40 Euro ist ein Kampfpreis. Meine Kritik habt ihr jetzt bereits gelesen und diese betrifft hauptsächlich den Klang sowie die Verarbeitung des verstellbaren Bügels. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall über alles Bescheid, worüber ihr Bescheid wissen solltet, zumindest meiner Meinung nach, und ihr könnt jetzt selbst entscheiden. Das war auf jeden Fall ein weiterer Testbericht von mir für euch und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt und zum Artikel findest du unter dem Video. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus.